Willkommen zu einem neuen Let's Render! Dieses Mal zu Hardstorm. Und für alle, die es nicht können, Hardstorm ist natürlich ein eigenes Kartenspiel, bei dem es darum geht, das Leben des Gegners, egal wie, auf 0 zu sehen. Ja, ich weiß selbst, ich will auch scheiß im Spiel. Strategisch, meh. Also, Strategie schon, aber deswegen braucht ihr mich zu erwähnen. Ich weiß schon, es ist mir schlecht. Okay, lassen wir ein bisschen die Diskussion. Sekunden. Okay. Mein Gehirn funktioniert aber nicht. Also, wir nimmt den Mund zu sprechen. Und somit... Okay, Stopp. Neuer Atmen. Neuer Start. Neuer Start abgeschlossen. Vielen Dank fürs Waren. Also, noch kurz, was kommt hier? Und zwar, Hearthstone ist komplett kostenlos. Naja, man kann im Game kaufen. Thrawl gegen Rexxar. Man muss aber nicht. Lasst die Jagd beginnen. Eure Zeit ist gekommen. Und, nicht zu vergessen. Wie man sieht, haben die Karten sich gestufen. Und man erhält jede Runde ein Mana-Kristall. Wenn man nicht anfängt, erhält man zudem auch noch eine zusätzliche Karte. Diese Karte nennt sich die Münze. Hier sieht man. Diese verschafft für ein Spielzug. Einen zusätzlichen Mana-Kristall. Maximum der Mana-Kristalle ist allerdings. Soweit ich das bisher bekommen habe. C. Deswegen... Wartet nicht zu lange. Wartet nicht zu kurz. Und ist rund im richtigen Zeitpunkt aus. Aktuell, ich könnte den Voodoo-Doktor spielen. Nur mit zwei Lebenspunkten. Deswegen etwas mehr Taktik. Und das wollen auch wirklich hier gar nicht. Noch. Okay. Aber wie gesagt. Taktik... Naja, habe ich nicht ganz so gewandert. Insofern... Wird das hier wahrscheinlich extremst nach hinten losgehen. Nun gut. Aber das kennt man hier eh vom Aufnehmen, oder? Naja, eigentlich nur jemand. Aber sehr häufig, wenn man aufnimmt. Was passiert. Genau das, was nicht passieren sollte. Ach übrigens. Noch was anderes. Das hier ist jetzt mal ein anderes Aufnahmeprogramm. Und auch damit verbunden an das Mikrofon, weil das es nicht gewollt hat. Längere Komplikation. Deswegen, falls der Ton scheiße ist, tut mir leid. Falls der Ton nicht da ist, keine Sorge. Und dann wird das Niederlande gefliegt. Und nun erst kann. Ach ja, und? Kleine Anmerkung. Man sieht, man hat nur eine gewisse Zeit für sich. Und? Man kann auch... Man kann auch... Also... Man kann auch keinen Karten mehr haben, wie man es nicht hat. Also... In diesem Falle... In diesem Falle... Naja... Gefliegt! Oh! Das ist so interessant! Okay, äh... Ich hoffe jetzt auch das erste Mal, dass der Gegner absolut nichts macht. Also... Ähm... Ich bin genauso irritiert wie ihr. Bescheid. Oder nicht. Je nachdem, ob ihr irritiert seid oder nicht. Ich bin irritiert. Punkt. Euer Gegner ist nicht mehr da! Ja! Oder... Hier vor und jetzt. Ähm... Wir würden uns in Ordnung, was wir sagen. Ist gut. Insofern... Eigentlich perfekt für das Let's Run! Ähm... Insofern... Danke, Herr Ingross, für dieses perfekte Let's Run! Ich meine... Man hat... Okay, äh... Ich spare mir die Erklärung und sage somit... Bis zum nächsten Video!